Hi! Hier rechts im Bild ist ein Holzkästchen. Dort ist ein Aufputzverteiler und der Hauptzähler drin für das Haus nebenan. Jetzt haben sie sich dazu entschieden, diesen Scheunkomplex in Apartments umzubauen. Ich habe auch schon diverse Arbeiten geleistet. Vom Energieversorgungsunternehmen wurde der Hausanschlusskasten auch schon erneuert. Aber aufgrund dessen, dass hier jetzt ein bisschen mehr reinkommt, wie Wallbox, Apartments, eventuelle Photovoltaikanlage, das Haus nebenan weiterhin bespeist werden soll, plus Hauswirtschaftsraum hinten mit Wärmepumpe und alles mögliche, ist es jetzt so. Ich habe hier auf jeden Fall selektiven Leitungsschutzhalter und einen Kombi-Ableiter. Der Kombi-Ableiter wird aber aufgrund der Leitungslänge zu den Unterverteilungen für die Apartments nicht ausreichen. Deswegen dort auch nochmal entsprechend Überspannungsschutz für die Hutschienenmontage, nicht für die Sammelschienenmontage. In dem Video soll es hauptsächlich darum gehen, im Apartment so einen Hohlwandverteiler einzubauen. Das mache ich heute. Am Ende auch im Schnelldurchlauf die Reiheneinbaugeräte. Ich habe die Planung schon komplett durch. Ich habe die ganzen Teile da, die ich dazu benötige. Ich wollte nur einmal sagen, worum es hier so in etwa geht. Und demnach ist das Ganze so. Das ist jetzt Technikraum und das Teil kommt weg. Das hier wird neu gemacht. Hier wird es Vorsicherungen und El Taco Drehstromzähler geben. Also auf jeden Fall der Hauptzähler, Gesamtzähler wird versetzt. Und dann werden wir für Apartment 1, für Apartment 2, wo hier auch die 5x6 Quadrat Steigleitungen schon bereit liegen. Schmelzsicherungen haben, plus ein Zähler direkt daneben. Alles schön beschriftet. Die Wallboxen im Außenbereich für die Apartments. Zwei Stück werden auch nochmal separate Zähler und Vorsicherungen bekommen. Und über einen Fehlerstromschutzschalter noch im Vorfeld abgesichert und alles Mögliche. Und Hauswirtschaftsraum, wo ich 5x10 Quadrat gezogen habe, kommt eine Aufputzverteilung hin. Dort wird auf jeden Fall auch noch eine Schmelzsicherung. Also das ist so der zentrale Kasten für Haussicherungen und die ganzen Vorsicherungen, der ganzen Sachen, die da passieren. Aber jetzt geht es auf jeden Fall darum, den Hohlwandverteiler in der Form einzubauen. So, das hier ist jetzt Apartment 1. Stellt es euch so vor, Apartment 1 und Apartment 2 sind vom Grundriss her gleich, nur spiegelverkehrt. Heißt, da ist die Tür, hier sind die Schalter. Beim anderen Apartment ist die Tür dort und die Schalter entsprechend da und die Räume auch genau spiegelverkehrt aufgebaut. Deswegen auch, wenn ich den Hohlwandverteiler am Ende mit der Tür und so weiter bestücke, werde ich hier darauf achten, dass die so aufgeht, dass die Scharniere rechts liegen und auf der anderen Seite entsprechend umgekehrt, spiegelverkehrt, dann wird es so aufgehen. Aber es entsprechend auch auf der anderen Wandseite und so weiter. Hier wurde mit Trockenbau gearbeitet, wo neue Wände aufgestellt wurden oder hier die Außenwand gedämmt wurde und so. Ab und zu haben sie auch Ytongsteine genutzt, wo es entsprechend der Fall gewesen ist. Aber so ist das Ganze. Man sieht, ich habe hier Vorarbeit geleistet. Der Trockenbauer war auch richtig gut, hat sogar die Striche hierhin gezeichnet, wo die Profile sind, sowohl auf den Wänden als auch auf dem Boden. Die Leitungen waren vor der Dämmung. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Trockenbauer seine Dämmstoffe oder hier diese Glaswolle oder Steinwolle einfach so auf die Leitungen draufpappt, die Gipskartonwände draufmacht, der Elektriker am Ende seine 68 mm Löcherbord und dann noch in der Dämmwolle rumfummelt und alles rausreißt, um ganz hinten die Leitung noch finden zu können. Hier hat er alles richtig gemacht. Hier sind die Schalter, hier ist der Hohlwandverteiler. Die Leitungen habe ich hier runtergehangen und mit Kabelbinder fixiert. Er hat die vor die Dämmwolle gepackt und deswegen machen wir das Ganze. Die Steckdosen hier sind genau mittig von den Profilen, die er aufgestellt hat. Wir haben im Vorfeld schon gesagt, okay, ich brauche auf jeden Fall das Maß hier von der Breite. Demnach hat er auch das vom Ständerwerk so aufgestellt und jetzt werde ich im Prinzip mit einem Stift und einer Wasserwaage, Stift muss ich mal eben gucken, ist mir bestimmt auf dem Fahrersitz rausgefallen, werde ich auf jeden Fall die Mitte einmal anzeichnen und dann entsprechend werdet ihr schon sehen, dass dann alles schön in Waage mit dem Hohlwandverteiler machen. Ich habe mich dazu entschieden, den Hohlwandverteiler am Ende unterkannte Schalter, unterkannte Unterverteilung zu machen. Wir müssen bedenken, noch 26 cm Aufbau kommt am Ende vom Boden bis zu Fertigboden und würde ich die Verteilung mittig von den Schaltern setzen, dann würde sie am Ende viel, viel zu tief hängen und deswegen wird es auf jeden Fall optimal Maß sein. Da kann man sich im Endeffekt jetzt schon mal so skizzieren in Waage einmal einen Strich der Unterkante machen und dann sieht das Ganze auch schon ganz gut aus. Dann kannst du hier nochmal kontrollieren anhand von Seilenstrichen, wo die Profilmitte ist, haben wir 47,5 und hier bin ich auf 23,5. Hätte 23,75 sein, um genau mittig zu sein, aber wird auf jeden Fall schon passen, wird auf jeden Fall mittig von der Steckdose unten sein, alles gut. Ja, Hohlwandverteiler ist ja mal ein bisschen was anderes, würde ich mal behaupten. Aufputzverteiler ist ja komplett easy, mit, ja, je nach Größe wird es mit vier oder sechs Schrauben befestigt, einfach auf der Wand, Aufputz, Unterputzverteiler, am besten mit Gips und da hat man die Metalllaschen entsprechend, um das dann der Wand fest zu nageln oder schrauben und hier haben wir jetzt einen Hohlwandverteiler. Das hier ist alles gleich entsprechend mit den PE-Blöcken und diese Halterung für die Aderdurchführung an der Seite, wie bei der Unterputzverteilung, Kranktür und die Abdeckung. Hier haben wir noch Kabelbinder für die Leitungen und das hier ist jetzt die Sache, die ein bisschen anders ist, dass das entsprechend mit den Sachen an der Hohlwand sowie, ja ich sag mal, Hohlwanddosen entsprechend fest gespreizt wird und angezogen. So sieht das Ganze in dem Fall aus. Hier ist eine Schraube vorne und wenn ich jetzt hier mit dem Schraubendreher drehe, dann sieht man, wie der rauskommt und sich am Ende an die Gipskartonplatte spreizt. Kann man auch entsprechend wieder aufmachen und dann ist gut und die kommt entsprechend in jede Ecke von dem Verteiler einmal rein. Dazu muss man aber hier erstmal die Leitungsdurchführungen abmachen, an beiden Seiten und dann kann man die genau von vorne so reinschieben, dass das am Ende nach außen hin, naja, manchmal die Schrauben fliegen raus, da kannst du wieder rein drehen, dann funktionieren sie wieder und dann kommen die einfach in jede Ecke, einmal so rein geschoben. Ah ne, jetzt sehe ich es, hier ist der Bolzen rausgekommen, so funktioniert der wieder, alles gut. So, an manchen Stellen, wenn man die Schraube einfach so rein drückt, dann macht er sich wieder auf, kann aber wieder so machen und dann ist es in Ordnung. Und hier genau das gleiche, einmal wieder zurück und dann passt das. Na ja, vielleicht wäre es doch besser, direkt am Anfang anzuzeichnen. Die Schrauben müssen auf jeden Fall drin sein, um das Teil hier wieder drauf zu bekommen und das benötige ich jetzt, um es entsprechend ordentlich anzeichnen zu können. Deswegen mache ich das einmal wieder rein, dann lege ich mir die Verteilung einmal so, dass Top oben steht und dann kann ich mich daran orientieren, bis hier unten an der Linie heranzuhalten. Da ist auch ein Langloch, mittig davon werde ich das auf jeden Fall so machen. Und wenn das unten gerade an der Linie ist, dann kann ich schon mal die Umrisse anzeichnen, aber nicht komplett außen, sondern wirklich da, wo die Langlöcher von dem Kunststoffgehäuse sind. Dann habe ich die Linien, welche ich nochmal mit der Wasserwaage einmal komplett durchziehen kann. Dann sehe ich auch, dass ich in Waage bin am Ende und das ist dann die Linie, an der ich mich am Ende langschneide. Das hier ist jetzt der komplette Ausschnitt. Jetzt habe ich hier so ein Messer, welches für Gipskartonplatten geeignet ist und da fange ich an der Ecke an, mir das hier einzustochern und dann kann ich runter sägen. Nur hier muss ich entsprechend aufpassen, dass ich die Leitungen nicht komplett beschädige. Klar ist es in Ordnung und passiert jedem, dass man entsprechend den grauen Mantel ein bisschen anratscht. Ist aber halb so wild, solange die Einzeladern bzw. die Isolierung der Einzeladern noch komplett intakt ist, passiert da auf jeden Fall nichts. Jetzt ist schon der Zeitpunkt, wo ich komplett achtsam bin und da fahre ich gar nicht so tief rein, sondern probiere ein bisschen so schräg anzuritzen und dann wird das schon. Ich habe vino aber noch auf jeden Fall. Ich bin – 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 Das wäre es auch schon. Das hier sieht auf jeden Fall richtig gut aus, da ist so gut wie nichts passiert. Und hier oben, die Steigleitung ist gut und hier die ganzen Leitungen sind auch komplett unbeschadet. Alles richtig gemacht. Jetzt kann ich einen Kabelbinder hier einmal abschneiden und dann die Leitungen entsprechend schon so mäßig nummerieren, wie die am Ende auf die LS-Schalter-Neutralleiter-Blöcke und PE-Blöcke aufgelegt werden. Jetzt beim Hohlwandverteiler werde ich die Teile wieder rausnehmen, um an die Schrauben zu kommen. Ich werde mir die Laschen wieder so machen, dass ich den einsetzen kann. Also einmal alles aufschrauben. Hierzu nehme ich mir ganz gerne so eine stabiler Wasserwaage, um die auf eine der Hutschienen drauf zu machen. Und kann die Sachen hier jetzt einmal aufschrauben und dann spreizt sich das auch schon an die Wand ran. Und das Ergebnis kann sich in der Form auf jeden Fall sehen lassen. unten kann das einmal hier direkt zu, da werden keine Leitungen hinkommen. passt. Und oben werde ich mir das entsprechend ausbrechen. aber im Vorfeld werde ich die schon mal nummerieren und dann der Reihe nach mit Kabelbindern drauf machen oder dran befestigen. So, das Ding ist, ich probiere die Steigleitungen auch hier noch nach rechts zu verlegen. Beim anderen Apartment kommt die direkt hier von rechts. Hier möchte ich die Hauptabzweiklemme hin machen. Ich habe sonst hier alles beschriftet. Hier haben wir auf jeden Fall FI1, FI2. Dann die Stromkreise für Koch, Feld, Küchenzeile, Wohnbereich, Schlaftaster, also die 5-Watrige Tasterleitung für Schlafbereich über eine Wechselschaltung am Ende, aber spielt keine Rolle. Dann Schlafbereich generell, Geschirrspüler, Waschmaschine, Badezimmer, Kühlschrank plus Dunstabzug und am Ende noch den Taster für Wohnbereich und dann ist das gut. Oben Dimmrelais für Wohn und Schlaf und dann noch ein Überspannungsschutz oben links. Dimmrelais für Wohn und Schlaf oder Schl difícil. Dimmrelais für Wohn und Schlafbereich haben beaucoup K favourite, So, jetzt habe ich noch ein paar Sachen gemacht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. so und hier ist jetzt mein zubehör und das ist das geniale jetzt kann ich hier neutral leiter 1 neutral leiter 2 fi hin machen habe alle hier beschriftet der reihe nach dem handy in der app habe ich die beschriftung auch der reihe nach der ls schalter komme somit überhaupt nicht durcheinander und danach noch mit dem bruder peter aber jetzt kann ich der reihe nach erst hp und neutrale leiter auflegen und das ist das coole wenn man im vorfeld weiß welche leitung man da hat und im vorfeld plant welche leitung worauf kommt dann kreuzt sich da auch nichts und so weiter und sieht einfach richtig gut aus so 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 Das war's für heute. 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 Genau, jetzt schaue ich gerade hier wegen den Relais, ich habe den Schlaftaster auf Fi1 und Wohntaster auf Fi2. Dann mache ich das hier. Ich nehme hier auch Schlaf und Wohnt, ich nehme den Neutralliter von hier für Schlaf und Wohnt, ich nehme die Neutralleiter von hier für Schlaf und für hier für Wohn. Und schwarz-Groß und schwarz-Groß und schwarz-Groß und schwarz-Groß ist das hier. Das war's für heute. Bei dem brauche ich sogar einen Neutralleiter auf A2 für die Spule und dann brauche ich hier auch nochmal einen Neutralleiter für das Bauteil an sich vermutlich. Dann nehme ich mir nochmal von hier hier runter und von hier hier runter und dann ist gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, letzter Hütchen. Beschriftung habe ich auch schon vorbereitet in der Zwischenzeit, mache ich kurz mal drauf. So, dass wir hier Fehlerstromschutzschalter 2 haben. Da haben wir Schlafzimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Badezimmer, Kühlschrank plus Dunstabzugshaube und Lichtwohn, Relais 2. Auch wegen der Ausfallsicherheit alles richtig gut. Und hier bei Fi1 haben wir Kochfeld, Küchenzeile, Wohnzimmer und Lichtschlaf, Relais 1. Und oben beschrifte ich noch Fi1, Fi2 auf den Neutralleitern. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, wie ich so einen Hohlwandverteiler eingebaut, bestückt und verdrahtet habe. Ihr könntet eventuell ein bisschen was mitnehmen zur Planung, alle Leitungen sich vorher angucken, nach Hause fahren gucken, Ausfallsicherheit, das auf den Fi, das auf den Fi, das auf den LS, das auf den LS. Und dann der Reihe nach strukturieren die ganzen Leitungen, kommen auch noch nicht wichereinander und so weiter. Und alles passt und du stehst nicht davor und wirrwärst irgendwas zusammen. Und deswegen bin ich damit auch in der Form zufrieden und so würde ich jederzeit immer wieder gerne arbeiten. Dann würde ich sagen, das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!